Wir haben hier in Bonn an der Universität, im Universitätsklinikum, exzellente Forschung und exzellente Patientenversorgung und die Medizin der Zukunft wird immer mehr bestimmt auch von den Algorithmen von modernster und bester Software das zusammenzubringen. Das ist ein Stück weit Aufgabe dieses Projekts, das wir hier unterstützen und wir hoffen sehr, dass daraus auch neue Technologien entstehen, neue Software entwickelt wird, die den medizinischen Bereichen noch leistungsfähiger, noch besser für die Menschen macht und dass daraus auch Spin-Offs entstehen können, Unternehmen entstehen können, die sich hier aus der Universität Bonn heraus entwickeln und dann weltweit das Wissen teilen. Und am Ende die Menschen bieten. Absolut, das ist unser Ziel.